Ist hier irgendwas bösartiges außer ein Enderman? Übrigens hier habe ich ja Mob Griefing nicht ausgestellt, das heißt... Oh Gott, der hat uns gesehen! Hallo, ich habe den gar nicht angeguckt. Spinnen können übrigens hier rein. Fällt mir gerade so ein... Ah, da könne ich auch ein Mittel gegen. So. Jetzt sind wir sicher. Naja. So, und jetzt warten wir auf den Sonnenaufgang. Einfach mal aus Vorsicht ein richtiges Schwerttier machen. Mehr ist sowieso nicht drin bei den Holzverräten. So, hier drin sind wir sicher. Ich würde daher sagen, wir überspringen jetzt einfach mal ein paar langweilige Minuten. Wir machen so eine 5-Minuten-Pause im Hartmut. Passieren kann ja nicht. Wir machen so ein bisschen jetzt. So, dann wollen wir das.